Roulette-Strategie Selmk Artificial Intelligenke Gewinn 108 Stücke von D-Seltsamec Kenzie YouTube Am gestrigen Freitag bin ich nach Wiesbaden ins Casino gefahren und habe live am Spieltisch die von mir entwickelte Strategie Selmk Artificial Intelligenke ausprobiert, die natürlich aufgrund ihrer Komplizierbarkeit relativ schwer zu spielen ist und eigentlich einen enormen Buchungsaufwand erfordert. Aber es hat sich gezeigt, die Belohnung war bereits nach 5 gesetzten Korps da und es konnten 108 Gewinnstücke netto verbucht werden. Es kommt natürlich drauf an mit welchen Stückwerten man spielt. Ich habe vorerst mal mit 100 Euro Werten gespielt, aber an gewissen Tischen kann man auch mit maximal 500 Euro Werten pro Plan spielen. Das Setzen ist natürlich etwas aufwendig, da die Plains gesetzt werden müssen, die über den gesamten Kessel verteilt sind, aber die Belohnung kommt, wenn man wie ich alle gesetzten Korps, Klammer auf hier 5 mal gesetzt, Klammer zu, gewinnt. Nachstehend mal die genaue Aufstellung. Ich habe lange dafür gebraucht, um diese Strategie zu entwickeln, auch wenn sie erstmal umständlich zu handhaben ist, aber ich denke, demnächst ein App zur Berechnung erstellen zu können, damit es schneller geht. Die Strategie funktioniert auch deshalb so gut, weil man immer nur innerhalb eines Handwechsels setzen sollte. 6.22 Uhr 1 und 40 Sekunden Einsatz, Gewinn 22.22 Uhr 2 und 33 Sekunden 28.22 Uhr 3 und 26 Sekunden 0.22 Uhr 4 und 30 Sekunden 28.22 Uhr 5 und 26 Sekunden 10.22 Uhr 2,25 34,6 11.30 8.20 14.31 14.22 4.22 Uhr 8 und 43 Sekunden Auf 17,6 17.27 6 und 30 30,8 10,5 24 14 9,2 2 18,7 12 15 43 5 22 11 Und 47 Sekunden Satz auf 2,6 Auf 2,6 11 30,8 1,20 14 22 18 29 7,28 12 0 15 64 7 22 12 Und 51 Sekunden Satz auf 24 16 33,1 20 14 32 15 4,34 6,13 12 86 1 22 13 57 Sekunden Satz auf 7,28 35 32,25 17 13 11 30 14 31 22 18 14 108 11 22 15 9 Sekunden 15 22 15 54 Sekunden Gewinnstücke 108 Netto Insgesamt 21 23 23 24 24 25 26 Vielen Dank.